Je t'offre encore une chance. Ich biete dir noch eine Chance. Je t'offre encore une chance. Je t'offre encore une chance. Je t'offre encore une chance. Qu'est-ce que tu m'en offres? 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 Das lasse ich mir nicht bieten. Je ne me laisserai pas marcher sur les pieds. Das lasse ich mir nicht bieten. Cette solution offre beaucoup d'avantages. Diese Lösung bietet viele Vorteile. Cette solution offre beaucoup d'avantages. Diese Lösung bietet viele Vorteile. Cette solution offre beaucoup d'avantages. Diese Lösung bietet viele Vorteile. Ce travail ne présente aucune difficulté. Ce travail ne présente aucune difficulté. Ce travail ne présente aucune difficulté. Nous lui avons même offert de l'argent. Nous lui avons même offert de l'argent. Nous lui avons même offert de l'argent. Nous lui avons offert de l'argent. Qu'est-ce que je peux t'offrir ? Quelle est-ce que je peux t'offrir ? Was kann ich dir anbieten? Qu'est-ce que je peux t'offrir? Was kann ich dir anbieten? Qu'est-ce que je peux t'offrir ma place? Darf ich Ihnen meinen Platz anbieten? Qu'est-ce que je peux t'offrir ma place? Darf ich Ihnen meinen Platz anbieten? Qu'est-ce que je peux t'offrir ma place? Darf ich Ihnen meinen Platz anbieten? Je te l'avais expressément interdit. Je te l'avais expressément interdit. Je te l'avais expressément interdit. Ich hatte es dir ausdrücklich verboten bilden aus. J'essaie de me faire une opinion. Ich versuche, mir eine Meinung zu bilden. 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 Sorgen bilden den Charakter. Les Soucis forgent le Charakter. Sorgen bilden den Charakter. Les Soucis forgent le Charakter. Sorgen bilden den Charakter. Le Premier ministre a formé son Gouvernement. 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 Nous lui avons même offert de l'argent. Nous lui avons même offert de l'argent. Nous lui avons même offert de l'argent. Je ne me laisserai pas marcher sur les pieds. Je ne me laisserai pas marcher sur les pieds. Les Soucis forgent le Charakter. Sorgen bilden den Charakter. Qu'est-ce que je peux t'offrir? Was kann ich dir anbieten? Qu'est-ce que je peux t'offrir? Was kann ich dir anbieten? Qu'est-ce que je peux t'offrir ma place? 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 Ce travail ne présente aucune difficulté. Diese Arbeit bietet keinerlei Schwierigkeiten. Ce travail ne présente aucune difficulté. Diese Arbeit bietet keinerlei Schwierigkeiten. Je t'offre encore une chance. Ich biete dir noch eine Chance. Qu'est-ce que tu m'en offres? 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 Cette solution offre beaucoup d'avantages. Diese Lösung bietet viele Vorteile. Cette solution offre beaucoup d'avantages. Je te l'avais expressément interdit. Je te l'avais expressément interdit. Ich hatte es dir ausdrücklich verboten bilden aus. J'essaie de me faire une opinion. J'essaie de me faire une opinion. Ich versuche, mir eine Meinung zu bilden. Le Premier ministre a formé son gouvernement. Der Premier ministre a formé son gouvernement. Les Pyrénées forment une frontière naturelle. Les Pyrénées forment une frontière naturelle. Les Pyrénées forment une frontière naturelle. Elle a reçu une formation de designer. Elle a reçu une formation de designer. Elle a reçu une formation de designer. Sie wurde als designerin ausgebildet. Tu ne fais que t'imaginer qu'elle te trompe. 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 Was bildest du dir denn ein? Qu'est-ce que tu t'imagines? Was bildest du dir denn ein? Qu'est-ce que tu t'imagines? Was bildest du dir denn ein? Combien de temps restes-tu à Berlin? Wie lange bleibst du in Berlin? Combien de temps restes-tu à Berlin? Wie lange bleibst du in Berlin? N'aie pas peur, nous ne restons que pour la nuit. N'aie pas peur, nous ne restons que pour la nuit. N'aie pas peur, nous ne restons que pour la nuit. N'aie pas peur, nous ne restons que pour la nuit. N'aie pas peur, nous ne restons que pour la nuit. N'aie pas peur, nous ne restons que pour la nuit. N'aie pas peur, nous ne restons que pour la nuit. Das bleibt unter uns. Sie ist zu Hause geblieben. Sie ist zu Hause geblieben. Sie ist zu Hause geblieben. L'affaire n'en restera pas là. Es wird nicht dabei bleiben. Sie ist zu Hause geblieben. 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 Sie ist zu Hause. Sie ist zu Hause geblieben. 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 Du bildest dir nur ein, dass sie dich betrügt. Was bildest du dir denn ein? Was bildest du dir denn ein? Was bildest du dir denn ein? Les Pyrenäen formen une Frontière naturelle. Die Pyrenäen bilden eine natürliche Grenze. Les Pyrenäen formen eine Frontière naturelle. Die Pyrenäen bilden eine natürliche Grenze. Elle est restée à la maison? Sie ist zu Hause geblieben. Elle est restée à la maison? Sie ist zu Hause geblieben. Rien a changé dans le village. Im Dorf ist alles beim Alten geblieben. Rien a changé dans le village. Im Dorf ist alles beim Alten geblieben. N'est pas peur, nous ne restons que pour la nuit. Keine Angst, wir bleiben nur über Nacht. N'est pas peur, nous ne restons que pour la nuit. N'est pas peur, nous ne restons que pour la nuit. Elle a reçu une formation de designer. Sie wurde als designerin ausgebildet. Elle a reçu une formation de designer. Sie wurde als designerin ausgebildet. Ne reste pas si buté baroblique têtui. Ne reste pas si buté baroblique têtui. Bleib nicht so stur. Combien de temps restes-tu à Berlin? Wie lange bleibst du in Berlin? Combien de temps restes-tu à Berlin? Wie lange bleibst du in Berlin? En été, il fait jour jusqu'à 10 heures. Im Sommer bleibt es bis 10 Uhr hell. En été, il fait jour jusqu'à 10 heures. Je t'offre encore une chance. 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 Ce reste entre nous. Das bleibt unter uns. Person ne sait, wo est passé l'argent? Niemand weiß, wo das Geld geblieben ist. Person ne sait, wo est passé l'argent? Niemand weiß, wo das Geld geblieben ist. Person ne sait, wo est passé l'argent? Niemand weiß, wo das Geld geblieben ist. Je ne changerai pas d'avis. Ich bleibe bei meiner Meinung. Je ne changerai pas d'avis. Ich bleibe bei meiner Meinung. Je ne changerai pas d'avis. Ich bleibe bei meiner Meinung. Es bleibt mir ein Rätsel. Es bleibt mir ein Rätsel. Es bleibt mir ein Rätsel. Je n'ai pas le choix. Es bleibt mir nichts anderes übrig. Je n'ai pas le choix. Es bleibt mir nichts anderes übrig. Je n'ai pas le choix. Es bleibt mir nichts anderes übrig. Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Il ne reste rien d'autre à faire. Es bleibt mir nichts anderes übrig. Es bleibt mir nichts anderes übrig. Es bleibt nichts anderes zu tun. Es bleibt nichts anderes zu tun. Ich versuche, auf dem Laufenden zu bleiben. 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 Es ist überhaupt nichts übrig geblieben. Ich versuche, auf dem Laufenden zu bleiben. Es ist überhaupt nichts übrig geblieben. Es ist überhaupt nichts übrig geblieben. Es ist überhaupt nichts übrig geblieben. Die Kinder sind bis Mitternacht aufgeblieben. Ich versuche, auf dem Laufenden zu bleiben. 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 Du bringst es wieder mal auf den Punkt. Ich versuche, auf dem Laufenden zu bleiben. Und ich versuche, auf dem Laufenden zu bleiben. Und klar, auf dem Laufenden zu bleiben. Bring nicht immer solche Märchen. Arrête de raconter des histoires comme ça. Bring nicht immer solche Märchen. Qu'est-ce que je peux t'offrir? Was kann ich dir anbieten? Qu'est-ce que je peux t'offrir? Qu'est-ce que je peux t'offrir? Qu'est-ce que je peux t'offrir? Ça reste pour moi une énigme. Es bleibt mir ein Rätsel. Ça reste pour moi une énigme. Je te l'avais expressément interdit. Je te l'avais expressément interdit. Je te l'avais expressément interdit. Ich versuche, mir eine Meinung zu bilden. Ich versuche, mir eine Meinung zu bilden. Ich versuche, mir eine Meinung zu bilden. Diese Arbeit bietet keinerlei Schwierigkeiten. Ich versuche, mir eine Meinung zu bilden. 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 Das bringt's nicht. Cela ne mène a rien. Das bringt's nicht. Je crois que la porte est restée ouverte. Ich glaube, die Tür ist aufgeblieben. Je crois que la porte est restée ouverte. Ich glaube, die Tür ist aufgeblieben. Du bringst es wieder mal auf den Punkt. Du bringst es wieder mal auf den Punkt. Cette solution offre beaucoup d'avantages. Diese Lösung bietet viele Vorteile. Cette solution offre beaucoup d'avantages. Diese Lösung bietet viele Vorteile. Der Premierminister hat seine Regierung gebildet. Der Premierminister hat seine Regierung gebildet. Wir haben ihm sogar Geld angeboten. Wir haben ihm sogar Geld angeboten. Ich glaube, die Tür ist wieder mal auf den Punkt. Ich glaube, die Tür ist wieder mal auf den Punkt. Du bringst nicht immer solche Märchen. Arrête de raconter des histoires comme ça. Du bringst nicht immer solche Märchen. Bringst nicht immer solche Märchen. Qu'est-ce que tu m'en offres? Qu'est-ce que tu m'en offres? Was bietest du mir dafür? Je t'offre encore une chance. Ich biete dir noch eine Chance. Je t'offre encore une Chance. Ich biete dir noch eine Chance. Ich versuche, auf dem Laufenden zu bleiben. Ich versuche, auf dem Laufenden zu bleiben. Ich versuche, auf dem Laufenden zu bleiben. Es ist überhaupt nichts übrig geblieben. Il n'y a pas eu le moindre Rest. Es ist überhaupt nichts übrig geblieben. Ich biete dir noch ein Schmerz. Ich biete dir noch ein Schmerz. Les Soucis forgent le Charakter. Sorgen bilden den Charakter. Je ne changerai pas d'avis. Je ne changerai pas d'avis. Je ne changerai pas d'avis. Tu vas finir par me rendre folle. Tu bringes-me encore au Wahnsinn. Tu vas finir par me rendre folle. Tu bringes-me encore au Wahnsinn. Va coucher les enfants. Tu vas finir par me rendre folle. 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 Bringe die Kinder ins Bett. Tu fais monté du Champagne dans la chambre. Lässt du Champagner aufs Zimmer bringen? Tu fais monté du Champagne dans la chambre. Lässt du Champagner aufs Zimmer bringen? Tu fais monté du Champagne dans la chambre. Lässt du Champagner aufs Zimmer bringen? Je t'accompagne à la gare demain matin. 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 Ma première voiture a fait 200 000 km. Ma première voiture a fait 200 000 km. Ma première voiture a fait 200 000 km. Tu arrives toujours à me faire rire? Tu bringst mich immer wieder zum Lachen? Tu arrives toujours à me faire rire? Tu bringst mich immer wieder zum Lachen? Je vais arranger ça. Je vais arranger ça. Je vais en faire rire? Ça va lui changer les idées? Ça va lui changer les idées? Ça va lui changer les idées? Il a fait du chemin dans la vie? 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 Er hat seine Tochter an den Mann gebracht. Il a casé sa fille. Er hat seine Tochter an den Mann gebracht. Il a casé sa fille. Er hat seine Tochter an den Mann gebracht. Je n'ai pas eu le coeur à le faire. Je n'ai pas eu le coeur à le faire. Je n'ai pas eu le coeur à le faire. Je n'ai pas eu le coeur à le coeur à le coeur. Elle a donné naissance à un fils. Elle a donné naissance à un fils. Elle a donné naissance à un fils. Sie hat einen Sohn zur Welt gebracht. Combien de temps restes-tu à Berlin? Wie lange bleibst du in Berlin? Combien de temps restes-tu à Berlin? Combien de temps restes-tu à Berlin? Combien de temps restes-tu à Berlin? Du bringst mich immer wieder zum Lachen. Du bringst mich immer wieder zum Lachen. Ich bringe es in Ordnung. Ich bringe es in Ordnung. Was bildest du dir denn ein? Was bildest du dir denn ein? Ich bringe es in Ordnung. 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 Bleib nicht so stur. Ich bringe es in Ordnung. 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 Sie hat einen Sohn zur Welt gebracht. Ich bringe es in Ordnung. Er hat seine Tochter an den Mann gebracht. Im Dorf ist alles beim Alten geblieben. Das bringt ihn auf andere Gedanken. Das bringt ihn auf andere Gedanken. Die Pyrenäen bilden eine natürliche Grenze. Die Pyrenäen bilden eine natürliche Grenze. Die Pyrenäen bilden eine natürliche Grenze. Sie ist zu Hause geblieben. Die Pyrenäen bilden eine natürliche Grenze. Die Pyrenäen bilden eine natürliche Grenze. Keine Angst, wir bleiben nur über Nacht. Die Pyrenäen bilden eine natürliche Grenze. 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 Mein erstes Auto hat es auf 2000,000 Kilometer gebracht. Mein erstes Auto hat es auf 2000,000 Kilometer gebracht. Die Pyrenäen bilden eine natürliche Grenze. Es wird nicht dabei bleiben. L'affaire n'en restera pas là. Es wird nicht dabei bleiben. Du bildest dir nur ein, dass sie dich betrügt. Du bildest dir nur ein, dass sie dich betrügt. Sie wurde als Designerin ausgebildet. Sie wurde als Designerin ausgebildet. Geht die Kinder ins Bett. 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 In été, il fait jour jusqu'à dix heures. Im Sommer bleibt es bis zehn Uhr hell. Im Sommer bleibt es bis zehn Uhr hell. Je t'offre encore une chance. 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 Je n'ai pas eu le cœur à le faire. Je t'offre encore une chance. Je t'offre encore une chance. Je t'offre encore une chance. Ich habe es nicht übers Herz gebracht. Er hat es weit gebracht im Leben. Er hat es weit gebracht im Leben. Er hat es weit gebracht im Leben. Lässt du Champagner aufs Zimmer bringen? Lässt du Champagner aufs Zimmer bringen? Lässt du Champagner aufs Zimmert? Ich bringe dich zum Bahnhof morgen früh. Das bleibt unter uns. Das bleibt unter uns. Du me pusses à bout. Du bringst mich auf die Palme. Du me pusses à bout. Du bringst mich auf die Palme. Du bringst mich auf die Palme. Die Firma bringt ein neues Produkt auf den Markt. Die Firma bringt ein neues Produkt auf den Markt. Die Firma bringt ein neues Produkt auf den Markt. J'aimerais bien mener cette Bringen. 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 Tu as fixé la planche. Hast du das Brett angebracht? Du hast die Planche fixiert? Hast du das Brett angebracht? Du hast die Planche fixiert. Du hast die Planche fixiert? Du hast die Planche fixiert. Du hast die Planche fixiert. Ich bringe den Mut nicht auf, es ihm zu sagen. Ich bringe den Mut nicht auf, es ihm zu sagen. Ich bringe den Mut nicht auf, es ihm zu sagen. Ich bringe den Mut nicht auf, es ihm zu sagen. Ich bringe den Mut nicht auf, es ihm zu sagen. Ich bringe alles herein. Rapporte du pain et du vin. Ich bringe den Brot und Wein mit. Rapporte du pain et du vin. Ich bringe den Brot und Wein mit. Rapporte du pain et du vin. Rapporte du pain et du vin. Rapporte du pain et du vin. Bringe Brot und Wein mit. Je te ramènerai un cadeau. Ich bringe dir ein Geschenk mit. Je te ramènerai un cadeau. Ich bringe dir ein Geschenk mit. Je te ramènerai un cadeau. Ich bringe dir ein Geschenk mit. J'ai passé un weekend super. Ich bringe dir ein Geschenk mit. Ich bringe dir ein Geschenk mit. Ich bringe dir ein Geschenk mit. Ich habe ein tolles Wochenende verbracht. Je n'arrive plus à fermer mon Jeans. Ich bringe meine Jeans nicht mehr zu. Je n'arrive plus à fermer mon Jeans. Ich bringe meine Jeans nicht mehr zu. Je n'arrive plus à fermer mon Jeans. Ich bringe meine Jeans nicht mehr zu. N'oublie pas de me rapporter ma perceuse. Vergiss nicht, mir meinen Bohrer zurückzubringen. N'oublie pas de me rapporter ma perceuse. Vergiss nicht, mir meinen Bohrer zurückzubringen. N'oublie pas de me rapporter ma perceuse. Vergiss nicht, mir meinen Bohrer zurückzubringen. Vergiss nicht, mir meinen König. Pourquoi denkst du? Woran denkst du? Pourquoi penses-tu? 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 Woran denkst-tu? Je n'ai pas le courage de le lui dire. Je n'ai pas le courage de le lui dire. Tu as fixé la planche? Tu as fixé la planche? Has tu das Brett angebracht? J'ai passé un weekend super? Ich habe ein tolles Wochenende verbracht. Ich habe ein tolles Wochenende verbracht. Je ne changerai pas d'avis. Ich bleibe bei meiner Meinung. Je ne changerai pas d'avis. Es bleibt mir ein Rätsel. Es bleibt mir ein Rätsel. Du bringst es wieder mal auf den Punkt. Du bringst es wieder mal auf den Punkt. Personne ne sait, où est passé l'argent? Niemand weiß, wo das Geld geblieben ist. Personne ne sait, où est passé l'argent? Personne ne sait, où est passé l'argent? Niemand weiß, wo das Geld geblieben ist. J'essaie de rester au courant. Ich versuche, auf dem Laufenden zu bleiben. L'entreprise met un nouveau produit. L'entreprise met un nouveau produit sur le marché. 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 Vergiss nicht, mir meinen Bohrer zurückzubringen. N'oublie pas de me rapporter ma perceuse. Vergiss nicht, mir meinen Bohrer zurückzubringen. Il ne reste rien d'autre à faire. Es bleibt nichts anderes zu tun. Il ne reste rien d'autre à faire. Es bleibt nichts anderes zu tun. Rentre tout à l'intérieur. 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 Ich glaube, die Tür ist aufgeblieben. Ich glaube, die Tür ist aufgeblieben. Ich möchte die Sache zu Ende afaar, Therme. 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 Ich bringe meine Jeans nicht mehr zu. Je n'arrive plus à fermer mon Jeans. Ich bringe meine Jeans nicht mehr zu. Ich möchte die Sache zu Ende afaar, Therme. Die Kinder sind bis Mitternacht aufgeblieben. Ich möchte die Sache zu Ende afaar, Therme. Ich möchte die Sache zu Ende afaar, Therme. Ich möchte die Sache zu Ende afaar, Therme. Du bringst mich auf die Palme. Du bringst mich auf die Palme. Ich möchte die Sachen zu Ende afaar, Therme. Ich möchte die Sachen zu Ende afaar, Therme. Arrêtez de raconter des histoires comme ça. Bringe nicht immer solche Märchen. Rapporte du pain et du vin. Bringe brot und Wein mit. Rapporte du pain et du vin. Bringe brot und Wein mit. Il n'y a pas eu le moindre reste. Es ist überhaupt nichts übrig geblieben. Il n'y a pas eu le moindre reste. Es ist überhaupt nichts übrig geblieben. Il n'y a pas eu le moindre reste. Je ne fais bien. Untertitelung des ZDF, 2020